Sie respektierte ihn und die Familie. Das ist so ein Zettel. Sie hat sie angerufen und gesagt, was sie hat sie angerufen. Sie hat ihn in den Kirchen geschlossen. Sie hat sie angerufen. Sie hat gedacht, ich habe diese Affäre mit Danny. Sie hat mir nahm mal den Kopf geworfen, die ich nicht mag. Sie hat mir gesagt, sie hat sie angerufen. Jeder in Amerika kennt jüdische Werte. Warum sollte es alles sein? Was glauben Sie, die Werte schon zur Familie gehört? Sie hat es wohl aufgeschlappt bei einer Gelegenheit. Sie hat ihn in den Kirchen geschlossen. Sie hat ihn in die Kirchen geschlossen. Sie hat ihn in die Kirchen geschlossen. Sie hat ihn in das Schrech. Danny, ich bin da. Was ich noch nicht gemacht habe? Traurigende Rufe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020